Yo, Oski, willkommen zum neuen Youtube-Video, heute Abend wieder, egal, scheiß drauf, Sanji ist wieder da, ihr wisst, was ich meine, letzte Mal hat er wieder zerstört, 10.000 Likes, 120.000 Klicks, so weißt du, der in da kommt und geht einfach wieder, ganz easy. Ich habe eigentlich einen Klemmt, Digga, echt betrieben, Digga, ich habe eigentlich einen Klemmt, Digga, guck mal, er spart mir mein Cousin aus, jetzt kommt's, ja, 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 das war richtig heftig, Digga, das war, ich will gar nicht mitmachen, ich will, ich will, ich will da gar nicht dabei sein, Leute, die das erste Video nicht gesehen haben, erklär doch mal, was du hier Schönes machst, also ich spiele Tablas, das ist ein indisches Trommelinstrument, wo ich kamere wieder, Puder wieder, willst du wieder erklären, wozu das ist, nein, Digga, das ist, was so schön erklärt, Digga, erklär doch mal, also, man benutzt Puder damit, man, äh, Digga, ich heiße, Digga, das macht man gut aus, also man benutzt Puder dafür, sozusagen auf der Oberfläche gleiten kann, sonst bleibt man so rau stehen und dann kommt der Ton auch viel besser, Erster Song, Casanova, Bausound? Ich, nein, Samajan, witzig. Das war ganz, das war Test Nummer 1. Test spannend, Digga, schön, jetzt, wenn wir sagen, bisschen mehr Action, ne? So, Leute, zum nächsten Song, ich dachte mir, da muss auch eine miese Brille her, Digga, also, wer will die ans beziehungsweise ziehen? Mach so, Digga. Die passt so, Digga, bei dem Song muss, Digga, dann versteht ihr auch gleich, was ich meine. Habt ihr bereit? Einmal doch? Ja. Aber sie, ehrlich, Fisch, ne? Ja, ehrlich, Digga. Was redest du, natürlich? Verarscht mich auch nicht. Nein, ich spreche. Wenn mir das meine Cousin, denkst du, verarscht dich? Sieht ähnlich, wie nett aussieht, wie freundlich aussieht, Digga. Meine Mutter mein Vertrauen nicht jedem, der Tablet spielen kann. Das ist ein Gesprächslos, ne? Ach so. Ja? Nächster Song, Albu, sollst du mit Arten sagen, sollst du nächsten Song an sagen. Halt den Schnauzen. So, Leute, der nächste Song ist von Enno, und zwar Penthouse, ein Song, den wir sehr feiern. Ja, Mann, der ist heftig, der ist echt heftig. Und wir sind jetzt gespannt, was du draus machst. Stay just low. Ja, ich trage eine Rolex am Arm, habe lange meine Kohle gespart, habe jede Menge Drogen verpackt, heute gehe ich mir Sonnenamt. Nein, der war ein Keps, ich denke, also Enno war krank. Enno war krank. Jetzt will ich was aussuchen. Das war eine Fusion von Englisch und Türkisch. Das ist krass, eigentlich, ne? Wenn du dich schon tülkisch, Digga? Das ist echt heftig. Das klingt schön fett, auf jeden Fall. Ja, Mann. Nächster Song ist Boom Boom Tam Tam. Bist du ready? Ich bin ready. Ich bin ready. Das war's für heute. Das ist mein Gutein! Oh mein ja! Ganz dicker. Gute Besserung. Gute Besserung. Gute Besserung. Gute Besserung. Gute Besserung. Ich suche jemanden anderen als Tänzer. Falls ihr euch bewerben wollt. Schreibt dem Instagram einfach. Ein Pollywood Song für euch Leute. Das ist ein ganz ganz alter Song. Den muss jeder kennen. Ich glaube jeder kennt ihn nämlich. Gute Besserung. Dankeschön an Sandi auf jetzt. Danke Digger. Scheiß auf ihn Digger. Ich krieg mir nicht an. Guck ihr Inder sind verrückt Digger. Wir Inder sind anders Digger. Alles kommt zurück Lass. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst euch mal 10.000 Likes nach oben. Dann holen wir den wieder nach Deutschland. Es ist nicht so leicht das Visum zu bekommen. Also 10.000 Likes. Snapchat und Instagram alles in der Beschreibung. Checkt auf jeden Fall alles ab. Checkt auf jeden Fall Sanji ab. Sein Instagram findet ihr jetzt hier. Fragt die was ihr fragen wollt. Ich wollte ihn alles machen. Er ist wie ein Guru. Alles. Er weiß alles. Nicht nur Musik oder so. Alles. Es hilft, es heilt die göttliche Kraft! .